Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag. Heute ist der 19.11.2021. Es ist 8.37 Uhr. Ich bin seit etwas über einer Stunde wach, habe schon eine Waschmaschine angemacht, die Schokolade wird schon weich und ja, ich hoffe, der Tag heute wird nicht ganz so verrückt wie der gestrige. Gestern habe ich um 18 Uhr Feierabend gemacht. Ich habe anderthalb Stunden mit Thomas an einem Thema gesessen und gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht so lange dauern. Und dann hat auch ab 17.17.30 Uhr das Internet gesponnen. Dann ging es immer wieder an und aus, aber nicht mein Internet, sondern das von der Arbeit. Und dann war immer unsere Kommunikation gestört. Das war ein bisschen, naja, ätzend, um es gelindet zu beschreiben. Es hat am Ende funktioniert, was wir machen wollten. Da saß mal wieder der Anwenderfehler vorm Computer, hat aber dann funktioniert und ich habe zum Glück vehement gegen eine händische Lösung gewettert und gesagt, nee, 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 wir machen das jetzt mit der Liste und nicht einzeln. Da wären wir ja nie fertig. Es waren irgendwie 300 und 200, also 500 Datensätze hätten wir durchgehen müssen. Da hätten wir ja Stunden gebraucht. Zum Glück haben wir es nicht so gemacht. Und ich habe schon geschaut. Es ist so wie angedacht. Es hat bis 6 Uhr Daten eingesammelt und das war's. Das System. Ja, wir haben dieses Wochenende irgendwie ein neues, also ein Update für eine neue Version, ein Rollout. Und da müssen immer die Datenbanken möglichst leer sein. Und da müssen wir dann irgendwie kontrollieren, steuern, wie auch immer. Ja, ich war gestern beim Friseur. Man sieht es vielleicht, es ist ein bisschen kürzer als sonst. Die Mecke sitzt einigermaßen, würde ich sagen. Ja, und gestern haben wir wieder Darkest Dungeon gespielt. Wir sind immer noch am Leben. Das ist verrückt. Die Gruppe, die am Mittwoch losgefahren ist mit der Kutsche, lebt immer noch. Wir sind jetzt mittlerweile bei Taverne 3 angekommen. Taverne 3, ne? In der ersten startest du, dann die zweite, dritte, genau. Mal gucken, ob wir noch weiterkommen. Wir schauen einfach mal. Heute um 18 Uhr. Ich habe voraussichtlich, oder wie sagt man vorausschauend, die Streamzeit von 16 bis 18 verschoben auf 18 bis 20 Uhr. Weil ich glaube, heute geht es auch noch mal relativ lang. Von daher will ich da gar nicht noch mal in die Bredouille geraten, in der ich gestern war. Ja, ja. Ich werde heute auch noch mal nach Lichtenrade fahren, den Tee abholen, den Weihnachtstee bei Kevin im Tee Lichtenrade-Shop. 20 mal 50 Gramm habe ich bestellt. Wie viel sind denn das? Ein Kilo, ne? 2 mal 5 sind 10, 100, 1000 Gramm, genau. Ein Kilo. Ein Kilo Tee holen, den ich zu Weihnachten dann verschenken kann. Ja, das ist es. Wir gucken mal, wie der Tag heute wird. Ich glaube, entspannter als gestern. Aber gestern dachte ich auch, oh, heute ist ja nichts los. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Wir gucken mal. Bald ist Wochenende. Ich freue mich sehr darauf. Und morgen fahre ich dann nach Dresden. Mir ist ein bisschen mulmig, im ICE zu sitzen. Ich werde mir vielleicht sogar zwei oder drei Masken übers Gesicht stülpen. Wobei die Masken ja eher für die Umgebung sind und nicht für einen selber. Ja, und dann schauen wir mal. Ein Sitzplatz ist reserviert. Das heißt, es sollte eigentlich keine Probleme geben. Vielleicht gehe ich auch morgen vorher, bevor ich fahre, noch mal zum Mediamarkt oder so. Die haben doch bestimmt FFP3-Masken im Angebot, oder? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Die sind ja noch ein bisschen sicherer. Ja. Stefan hat gefragt, ob wir Ghostbusters gucken gehen. Da freue ich mich schon drauf. Da müssen wir nur noch einen Termin finden. Nächste Woche treffe ich mich mit Sohne. Endlich mal. Und dann gucken wir mal, was die Tage so mit sich bringen. Ich will spätestens nächsten Dienstag alle Plätzchen verschickt haben. Ich denke, das sollte zeitlich auch passen. Ich werde Montag die veganen Plätzchen backen. Also ohne Ei. Und dann müssen die auch noch angemalt werden. Aber das sollte alles wunderbar funktionieren. Gut. Das ist es von mir. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Freitag. Bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern. Und kommt gut ins Wochenende. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, heute Abend bei einem weiteren Darkest Dungeon Stream. Zwei Stunden lang Kutsche fahrt. Und ansonsten morgen beim nächsten täglichen Vlog. Ja. Gut. Ich muss dran denken, wenn ich jetzt nach Dresden fahre. Ich wohne ja in einem Hotel. dass ich das Mikro mitnehme. Und den Adapter für das Tablet. Damit ich am Sonntag meinen Vlog machen kann. Nicht vergessen, Tarnes B. Nicht vergessen. Hier fliegen einzelne Haare rum. Hier. Ne, da. Was ist das? Was ist da los? Wie sieht das aus? Ich muss weg. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Schnee necessologie. Tschüss. Tschüss. Tschüss.